Bhagavad-Gita, drittes Kapitel, Karma-Yoga, Vers 3.1 O Janardana, O Keshava, warum drängst du mich, an diesem schrecklichen Kriegshandwerk teilzunehmen, wenn du glaubst, dass Intelligenz besser sei als fruchtbringende Arbeit? Erklärung Der höchste persönliche Gott, Shri Krishna, hat im vorangegangenen Kapitel sehr ausführlich die Beschaffenheit der Seele beschrieben, um seinen vertrauten Freund Arjuna aus dem Ozean des Matrenlays zu retten. Als Pfad der Verwirklichung wurde Buddhi, Yoga bzw. Krishna-Bewusstsein empfohlen. Manchmal wird Krishna-Bewusstsein als Untätigkeit missverstanden, und wer sich in diesem Irrtum befindet, zieht sich oft an einem einsamen Ort zurück, um dort durch das Chanten der Heiligen Namen völlig Krishna-bewusst zu werden. Doch ohne mit der Philosophie des Krishna-Bewusstseins vertraut zu sein, ist es nicht ratsam, die Heiligen Namen Krishnas an einem abgelegenen Ort zu chanten, wo man nichts weiter als die billige Bewunderung der unschuldigen Öffentlichkeit erlangt. Auch Arjuna dachte, Krishna-Bewusstsein, das heißt Buddhi, Yoga oder Intelligenz im spirituellen Leben, sei so etwas wie das Sich-Zurückziehen vom aktiven Leben und die Auferlegung strenger Bußen und den Heilsamkeiten an einem abgelegenen Ort. Mit anderen Worten, er wollte, unter dem Vorwand, Krishna-Bewusst zu handeln, geschickt den Kampf vermeiden, indem er Krishna-Bewusstsein als Entschuldigung benutzte. Doch als ernsthafter Schüler brachte er die Angelegenheit vor seinen Meister und fragte Krishna, wie er nun am besten handeln solle. Als Antwort erklärte Sri Krishna in diesem dritten Kapitel ausführlich Karma-Yoga, Arbeit im Krishna-Bewusstsein.